... und hat auf mich herabgesehen. Ich habe um sie gekämpft, ganz im Ernst. Ich hätte für sie alles getan. Und trotzdem... Ich verstehe. Ich wollte sie nur erschrecken, es war keine Absicht. Sie ist einfach losgegangen. Ich wollte das nicht. Okay. Es war nicht meine Absicht. Keine Absicht, das werden Sie doch verstehen. Nicht wahr? Geben Sie sie her. Es tut so weh. Loslassen! Lassen Sie sie los! Nicht! Broge! Broge! Was soll das? Alles okay? Ja. Wieso bist du nicht rangegangen? Ja. Ja. Ich muss das liegen. Alles okay?